Nicht Garutzias Schatz. Ah, ich erinnere mich. Count Dracula, Lord Dracula, hat die Schatzkarte in dieser Burg. Aber ich denke nicht, dass Dracula dir die Karte ein bisschen geben wird. Lunger. Ui. Oh. Ah, ich komme nicht weiter im Triebe hoch. Hm. Ich komme dann weiter. Ah, ah. Ich kann so fässer nicht töten. Oh, ich hoffe mal, dass die Aufnahme ist gar nicht zu langsam. Ich mache jetzt mal alle fässer tot. So, wenn das war, das sah gruselig aus. Dann ist es anscheinend auch gruselig. Lange, oh nie, oh. Aber es ist schon mal jedenfalls, auf jeden Fall ist es schon mal geil, dass man mit den Dingern hochspringen kann. Hilfe, ein Skelett. Ich muss wieder so töten. Das stört einfach hier. Hier läuft das Level hier. Viel einfacher als gerade eben. Mexiko und so. Ah. Okay, es war fies. Hm. Stört. Cool, ich kann ihn damit töten. Skelett. Ich muss da unten rein, oder was? Oh, der ist echt tot. Wie lustig geworden. Plumber. Wie jetzt? Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nur ein... So, ich muss richtig aufpassen. Rüber. Hm? Da bist du total Mario. Ah. Oh. Ach. Aber nicht schlecht. Oh. Einmal hoch. Miau. Tsch, tsch, tsch. Ähm. Wow. Ah. Au. Aha, haben wir nichts gebracht. Oh, das ist wie einfach war gewesen. Jump. Jump. Komm ich wohl nicht hoch, ne? Ja, muss ich hier. Klang. Jump. Wua. Oh. Oh, geht doch nicht lang. Komm ich doch nicht. Ah, ja. Oh, da ist was. Aha. Mist. Aha. Voll geheilt. Und weiter geht's. Tsch, 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 tsch. Ah. Oh. Stirb. Was? Das machen wir alles. Das ist nicht so witzig. Ah, überall. Ah, ist doch geil. Ewa Munition. Ach, das ist aber nur noch 5. Lohnt sich ja nicht wirklich. Ah. Weg. Spinne. Nein. Äh. So. Okay, 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 hier geht's hoch. Hm. Ich muss mich hochflangern. Ja. Brauche ich mich hier richtig? Ah, zurück kann ich wohl nicht. Nein, nein, nein. Was, wenn ich falsch bin, dann bin ich irgendwie verloren. Fühl mal hier hin. Verdammt, als Geist. Von Donald the Duck. Ah, nein. Geister. Ah. Ausweichen und rennen, rennen. Böse Skelette. Ich habe keine Ahnung, was die machen, aber eben, was müssen die hier machen. Hoch. Hoch. Aha, ich muss nicht hoch. Was immer das ist? Dieses Geräusch mit der Grund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist so ein Knack, als ob irgendwas näher kommt. Ah, nein. Hoch. Oh, oh. Die Wand kommt, die Wand, kommt, die Wand. Ich will nicht zerquetscht werden. Aber egal. Deck hier. Ah, so, ist schon fest. Also gibt es kein Zerif für Donald. Das heißt ja, dass Dracula hier bald sein müsste. Oder wie auch immer, hierbei halt das Dracula-Ding sie darstellt. Nicht schon wieder, aber. Ah. Geister, Geister. Hieruhe. Es müssen ja immer Geister sein. Ich sehe, was kaputt gemacht. Ah, da kann ich hoch. Ah, da kann ich nicht durch. Hm, toll. Wie soll ich das jetzt? Wie soll ich da jetzt lang kommen? Ich bin jetzt auf jeden Fall am Anfang, oder was? Sieht so aus. Ja, ja. Jetzt hat die Geschichte von Geistern getroffen. Ist mir klar. Ich kenne das ja. So, diesmal nicht. Diesmal nicht im Klang. Und fängern mich da hoch. So. Nein. Keine Geister. Und den gerade im Korn. Aber dann bin ich schon. Hoch. Weg von den Geistern. Wegplan. Ich hätte nur zwei. Das heißt, wenn ich jetzt gleich die Änderung entgebrachte, irgendwie keine Chance. Okay, in der Top komme ich ganz viel von. Klingt nach Endgegner. Wow. Stirb. Aha, böse Dracula. Ganz blöse Dracula. Und ich habe schon mehr T-Helter in mein Munizium vergeschossen. Natürlich nicht so gut. Ah, ich bin getroffen. Tod. Aha. Ach so, ist gleich wieder normal. Stirb. 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 Ich kann mir nichts mehr machen. Ich habe Bock gegangen. Stirb. Also ich kann nur treffen. Zumindest sieht es aus, ob ich ihn treffen würde, wenn sein Umhang weg ist. Das heißt, wenn man dann versucht, ihn mit dem Ballprogramm zu treffen, wenn man weg ist, dann hat es nicht mehr geklappt. Das ist toll. Ich muss auf den Scheiß viele Mäuse aufpassen, weil die mich hier immer angreifen. Töten. 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 Ja, hallo. Töten. Geht doch. Tot? Ich dachte schon. Vielleicht etwas anderes. Nein. Aber wie soll ich denn da oben dann treffen? Muss der jetzt mit dem Planger hoch oder was? Stirb. 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 Sollst sterben. Wie soll ich denn da oben dann treffen? Da kriege ich nicht. Ich habe schon fast kein Leben mehr. Ja, das ist ja toll. Ich bin auch schon gut. Ich bin nicht geschossen. Ich habe fast, ich habe kein Popcorn mehr und gar nichts. Cheese. Getroffen. Okay, jetzt müssen wir Fliedemäusen auswählen. Ich meine selbst greife ihn ja nicht an. Feuer, 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 Feuer. Achso, ich dachte schon, ich bin jetzt nicht getroffen, weil es wäre ein Treffer, aber das ist ein Headshot. Okay, ich muss jetzt natürlich die Frage, wie oft ich ihn treffen muss, aber treffen, treffen. Achso, boah, ist schon. Okay, noch habe ich vier Leben, also noch sieht es gut aus. Hab ich schon wieder. Ah, okay, seine Beine zählen. Ich muss ihn also wirklich direkt einen Treffer gegen den Kopf oder sowas beim Körper machen. Ha, tot. Donald bekommt die wahre Schatzkarte. Ja, die wahre Schatzkarte. Guck mal, die ist. Gut, und jetzt, da ich die wahre Schatzkarte habe, kann ich... Oh, Wikinger-Schiff, Ägypten, Indien und Südpol. Naja, hier hört es dann auf. Und hier sehen wir uns dann im, keine Ahnung, fünften Teil, ich weiß es nicht.